Viele Sachen, die ich ab und tief hasse. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt hier Leute, die sammeln Unterschriften, was ich sehr gut finde, und zwar für das Molotov. Ich will nicht, dass das Molotov untergeht. Also bitte, schreibt euch ein, rettet das Molotov. Da hinten sind Leute, die sammeln Unterschriften. Ich würde es echt super finden. Aber nicht die Unterschriften mit einem Becher verwechseln. Das ist ein anderes. Das sind zwei verschiedene Sachen. Hamburg, ich weiß, ihr seid so schlau. Okay, aber es gibt genug Dinge, die ich im Leben hasse. Zum Beispiel. Wie heißen die? GEZ-Kontrolleure.